Stolz, anmutig, gefährlich und in freier Wildbahn. Madonna Santa, Mamma mia. Ein ausgewachsener Löwe streunt am Wochenende durch die italienische Stadt La Dispolie und versetzt Anwohner in Angst. Aus sicherer Entfernung filmen die Anwohner das wilde Tier und stellen die Bilder auf die sozialen Netzwerke. Auch bei uns in Hessen gab es in der Vergangenheit schon außergewöhnliche Tiersichtungen. Munter hüpft Kängurumännchen Fritz durch die Straßen. Das sprunghafte Tier sollte allerdings gar nicht hier unterwegs sein. Denn zu Hause ist der kleine Australier bei Heiko Ullrich. Doch das knapp 3 Jahre alte Bennet-Känguru nutzt in der Nacht eine kaputte Stelle im Zaun zum Freigang. Um 7.30 Uhr hat die Polizei angerufen. Man hat gefragt, ob es unser Känguru ist. Dann springt man aus dem Bett und guckt um, ob es auch wirklich sein Känguru ist. Dann laufen einem die Schweißperlen über die Stirn. Man hat eben Sorge. Dann guckt man eben, wo es als letztes gesichtet worden ist und fährt da hin und sucht die Stelle ab. Der ca. 1,30 m kleine Spring ins Feld hüpft ins nahegelegene Weisenhasel im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dort kann man am frühen Morgen noch gar nicht seinen Augen trauen. Ja, was soll man da schon denken? Ist man noch nüchtern oder ist gestern Abend noch was drin? Nee, es ist eigentlich gar nicht begreifbar. Mehrere Monate ist Fritz unterwegs, bis er wieder eingefangen und zu seinem Besitzer zurückgebracht wird. Diese Würgeschlange, ein Königspython, hat einen ziemlichen Schrecken verbreitet. Ein Python mitten auf dem Abenteuerspielplatz in Frankfurt-Sindlingen. Gefunden wurde das Tier beim Reinigen des Außengeländes. Jochen Schnick sieht den Python dort auf einem Hügel liegen. Ich habe mich dann vergewissert, ob die noch lebt. Ich bin hingegangen und tatsächlich, der Kopf hat sich bewegt. Es war eine lebende Schlange. Ich bin dann gleich dabei geblieben, dass die nicht wegkriecht. Das war mir wichtig, dass sie sich ins Gebüsch verkriecht. Ausgebüxt oder ausgesetzt, das ist ungewiss. Der Königspython vom Spielplatz wird im Tierheim wieder aufgepäppelt. Auge in Auge mit Paul. Eine Erfahrung, die Angst machen kann. Das erzählen die beiden Freunde Simon Sams und Stefan Made. Denn das Tier hat nicht nur große Augen, sondern auch scharfe Zähne. Paul ist ein Alligator. Flach und langer Schwanz. Das ist nichts Einheimisches. Ich war schon ein bisschen überraschend, wie ich mich da verhalten soll. Doch von vorne, in Großrohrheim, gastiert ein Kleinzirkus. Fernando Hain will den fast 2 m langen Alligator aus dem Lkw holen. Doch Paul ist weg. Also einen riesen Schreck gekriegt, wie das passiert sein kann. Weil das hier alles richtig zu. Eine Vermutung, jemand hat einfach Tür und Tor geöffnet, um dem Zirkus zu schaden. Erst die Beamten können Paul einfangen. Ab aufs Revier. Von einem Verhör wird abgesehen. Auch im Fall italienischer Löwe ermittelt nun die Polizei. Ob ausgebrochen oder sein Gehege mutwillig geöffnet wurde, auch hier unklar. 7 Stunden konnte der Löwe seine Freiheit genießen, bevor er eingefangen und wieder in den Zirkus zurückgebracht wurde. Steiner. Ferit hat wieder auf dem Shitそ Bild zu berm. Und hier brauchen wir wieder vor, Ich schau um mit ihr zu ermieten. Untertitelung des ZDF, 2020